den ring klicke ich aber auch irgendwie nicht ab, oder? mit dem werkzeug mit der krummklinge, nup mit der axt ich weiß nup ha, ich hab das öl noch hilft aber nicht mit dem rituellen Messer vielleicht nö äh kann ich nicht achsen, nein, oder sagen, was sie willst das ist vielleicht zum punchen, aber hilft nicht, oh, was haben wir hier eigentlich Anna will, dass ich gehe sie will verhindern, dass ich etwas entdecke ok ja, das wollte ich nicht hier kann ich echt nicht rein rein ich kann das kann ich auch nicht machen, oder? ok, lassen wir das, äh, das ist irgendwie immer noch irritiert, dass ich nicht weiß, was das da links sein soll mit dem Jagdmesser kriege ich den Ring auch gehe ich ab äh ok, ich hab den Ring und der Ring bringt in der Chief Wind ich behalte das uh, jetzt ist hier auch noch was ok, dann werde ich mal den Ring hier rein klemmen ich weiß sowieso, aber ich hab das Bedürfnis gerade geht nicht geht denn das da rein? Nö ich muss doch irgendwas mit dem Schraubstock noch machen können ja ich bin kein Experte, ich mach das noch kaputt ich lass's lieber der eine Kollege liegt hier rum, der andere Kollege ist nicht da ok ok, dann werde ich hier mal den Ring aufpacken mal gucken, ob das hilft ja kann ich den, sind sie vielleicht hier rein ziehen nö nö, nö nö, anziehen, nö nö ja, ich probier mal ganz zufällig hier aus kriegen die Ring noch was anderes machen die vielleicht oder der Ring da, oder das da, oder hier, oder da aber keine Ahnung was das will vielleicht noch äh, hier da nicht, da nicht, da nicht, da nicht da nicht, da nicht da nicht so rum auch nicht mit diesem Ehering ist mein Name eingraviert hä? was? was? was zeigst du mir? Ehering ich verstehe nicht, warum trägt diese Kleiderpuppe ein Ehering gute Frage der Name auf dem Ehering auf diesem Ehering ist mein Name eingraviert ok Pflanzenöl, das könnte mir nützlich sein ich kann den jetzt auch nicht irgendwie dazu verwenden dass ich an das Ding was anderes ranklemme eine gekrümmte Klinge das betrachtet also gibt es die ganze große Holzklecke präzise zu sehe jetzt ist sie völlig verrostet und sieht gar nichts mehr verrostet sich gar nichts mehr heißt Wie gibt es die Klinge? aber normalerweise doch schön dass ich das auge vorher nicht gesehen der kollege liegt da ich dann nichts finden ich will ja zum hauptraum kaputter rufen Mit Öl kribbiete ich auch nicht Heulen, ne? Mit dem Ehering auch nicht. Es ist vertrocknet, aber es ist schön auf unter Farbe. Okay, ähm... Ich würde mich aber wundern, wenn ich mich übernehmen, aber okay. Ich komme nicht damit raus. Ich mich gerade erschreckt, weil die Kleiderpuppe da ist. Kann ich die mit Öl besprenkeln? Wie du sagst... Das wird auch nichts. Hab ich hier drin noch was übersehen? Vielleicht. Ist mir das wie... Ne, da gibt's ne Dunkelbarriere. Konkrete, Zimt. Dunkle Barriere. Aber wenigstens heult sie nicht mehr. Das ist schon mal was wert. Sieh mich nicht an. Ich bin heult. Und hier drüben hat sich auch nichts verändert, oder? Ist immer noch alles düster, traurig, Wasserfütze, Gemälde... Nichts besonderes. Alles cool. Cool. Alles cool. Ich guck ins Journal. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein gebloses Objekt so hassen könnte. Doch dieses Ding, diese Immidiation einer Frau, dieses winderwärtige Stück Holz... ...hat in mir eine ungeklärliche Abscheu hervorgerufen. Ich habe etwas vor meinen Augen... Ich habe etwas vor meinen Augen gesehen. Das Haus. Es blieb dir. Ich hab Angst. Ähm... Was könnte ich denn Mörser und Stößeln? Ähm... Sekunde. Ahornblatt? Ne. Geht nicht. Mörser gefunden. Ich drehe noch durch. Du hast vorhin gedampft, aber hier passiert das nächste Mal. Meere im Ofen. Öl in den Ofen hier vielleicht. Und die Tür. Äh... Ich würde die meisten Wurzeln da gerne... Ich muss erst den Herd reparieren. Aber wie repariere ich den? Mit der gekrümmten Segel? Tut sich nichts. Mit dem Werkzeug tut sich nichts. Mit der Axt tut sich nichts. Wurzeln hätte ich schon. Ja, danke schön. Zwei, das Mörser hilft auch nicht. Mörser hilft auch nicht. Ring-geding-ding-dong. Hilft auch nicht. Verrottete Bretter hilft auch nicht. Ähm... So... Es war mal wieder Zeit. Und ich hab gemerkt, ich muss... Ich kann hier... Was war das? Das Sekret aus dem Haube der Wand hat das schwer beschädigt. Es ist nutzlos. Ich hab das... ... Unterf... ... Das ist nutzlos, das ist Pockenbau, ja. Ich hätte jetzt echt nicht damit gerechnet, dass ich die Blätter wieder abnehmen kann. Ich gedacht habe, die werden alle schwer beschädigt und nutzlos. Aber anscheinend habe ich Gold und Silber überlebt. Da habe ich echt, glaube ich, nie draufgekommen. Ebenso wenig wie auf das jetzt. Aber wenigstens hat er Mörser. Ich lege ein Goldesblatt in den Mörser. Ich lege ein Silberesblatt in den Mörser. Auf die Dinger werde ich echt nie gekommen, glaube ich. Dann stößle ich das in den Mörser. Und vermute ich die ganz so rein, wie das Elektropor war, das ich gefunden habe. Aber es sollte funktionieren. So, Elektronstaub da rein. Dauert ein bisschen. Warum hörst du nicht auf mich? Ich gehe raus, verschwinde, mach dich weg. Oh, eine seltsame Kuppel. Egal. Ähm, jetzt sehe ich dich. Haha. Palette, Bücher, Dingens. Hier liegt ein komisches Zeug an der Wand. Könnte ich nicht mitnehmen. Hier ist noch eine Schubkarre. Und da ist noch so eine Figur. Zum Glück ist das voll scary. Beschlagenes Herz. Lecker. Eisenstange. Nehme ich mit. Beschlagenes Herz. Nehme ich mit. Es schlägt, es schlägt. Ich kann es nicht aushalten. Ich muss es zerstören. Sie kippt um. Ich kann jetzt nicht gehen. Irgendwas wird passieren. Kann ich das Herz aus dem Tisch nehmen? Nö. Aber ich habe jetzt die Eisenstange. Das heißt, ich könnte ins Lager. Offen Lager. Ersatzteile für den Ufer. Das geht einfach. Ich hätte ja ewig überlegen können, wie ich das hinkriege. Naja. Ersatzteile für den kaputten Ofen. Ich kriege das da rein. Und so. Ich muss es anständig vorbereiten, sonst riske ich, dass es wieder kaputt geht. Und dann brauche ich nur etwas, womit ich es in Brand setzen kann. Und dieses fürchterliche Ding verbrennen. Weiche Wurzeln. Feuer. Bisschen übel. Aber... Bisschen übel, aber... Okay, bleibt offen. Okay, das ist rotes lila geworden. Und es gibt eine Treppe zum Dachboden. Ich bin ja mal gespannt. Zur großen Mutter. Für all die vielen und komplizierten Rituale die Verwendung von mindestens zwei Anfalligen Blut ist als erstes. Welches sind wir? Ja, aber... Okay, nichts gefunden mehr drin. Zu Flugsort, von dem würde ich jetzt zurückkehren. Ganz so wieder eine komische... ...Kleiderpuppe in Frauengestalt. Sie scheint nicht handgemacht zu sein, sie scheint aber mit Frauengestalt zu gehen. Stuhl. Ich scheint für Kleidung gemacht zu sein. Okay. Äh... Seltsames Auge. Was haben wir hier? Wie geht's durch? Do you love her? Maybe. Why? Who is she? I don't know. Wer ist sie? Ich weiß es nicht. Ja, wo ich die muss sie? What? Okay, jetzt hab ich doch hier, ähm... Wie will... In den Steinen... Warum hast du die Statue von der Kirche verholt? Es ist sie. Sie? Wer? Sie? ... Das Anteil ist der Wahrheit. Mitnehmen. Maske des Assassinen. Mitnehmen. Warum auch immer. weiter holt schule steckt fest in der wand ich werde das haus nicht verlassen gönnensymbol eine antike darstellung einer götheit ich glaube sie stand aus der braun zur zeit das zeitalter in dem götter und menschen noch dieselbe luft damit wenn du da bist du das Du bist besessen, guck dich an. Okay. Wir können doch gleich wieder irgendwas auf mich zu holen oder so. Du folgst mir alles an. Schön.